Wenn du mich fragst, was das schönste Gefühl ist, oder du wissen willst, was ist der schönste Klang, wenn du dich wunderst, wie ein einziger Abend dein Leben ein Stück lebenswerter machen kann, dann Vorhang auf! Das schönste Gefühl? Das nervöse Kitzeln des Lampenfiebers vor der Show. Der schönste Klang? Das lobende Jubeln eines dankbaren Publikums. Ein einziger Abend und hunderte Menschen finden zusammen und du fühlst dich ein Stück lebendiger. Auf der Bühne. Endlich wieder Licht. Endlich wieder Liebe. Endlich wieder live.